Und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen in Zinka Startstube. Mein Name ist Zinka und den Rest vom Intro dürften die aktiven Zuschauer mittlerweile kennen. Oder? Also ich hoffe es doch mal zumindest. Im heutigen Video gibt es ein paar Infos auf die Öhrchen von euch. Und zwar wie ihr in den letzten Videos immer mal so hier und da mitbekommen habt. Habe ich ja einiges vor hier zu ändern bzw. auch ein paar neue Formate ins Leben zu rufen. Und es ist jetzt an der Zeit. Danke YouTube. Du hast mir endlich die Community Tab Funktion freigeschaltet. Amen. Heißt für euch, ihr könnt jetzt viel mehr und viel besser mit mir interagieren. Ich habe jetzt die Möglichkeit Umfragen bei YouTube zu erstellen, euch dort Bilder zu posten im Community Tab, euch Texte und Infos zu posten, was ich auch immer will. Ich blende euch da jetzt hier schon mal ein Beispiel ein, wie ich das so in den letzten Tagen ja quasi angetestet habe. Und genau weil ich jetzt endlich Umfragen stellen kann, ist es jetzt soweit. Ich gehe auf euren langersehnten Wunsch ein. Jetzt gibt es einmal im Monat eure Wunschreview. Was natürlich ganz genau heißen soll, dass ihr da draußen die Möglichkeit habt, zu wählen, einmal im Monat, welche Set Darts ich auf meinem Kanal reviewen soll. Ich werde euch dort immer drei Sets zur Auswahl stellen. Ihr habt dort dann genau fünf Tage Zeit dafür abzustimmen. Einfach nur meine Vorschläge durchlesen. Mit dem linken Mauszeiger draufklicken auf das Set, was ihr haben wollt und eure Stimme zählt. Nach fünf Tagen schaue ich mir das an, wer auf Platz 1 ist, den am meist gewoteten oder das am meist gewotete Set Darts kaufe ich mir dann und review es für euch. Ganz einfach und ja, ich denke mal, wir haben dann beide etwas davon. Ihr seht das Set Darts, was ihr haben wollt bzw. was ihr euch wünscht und ich gehe mehr auf eure Wünsche ein. Und genau damit starten wir schon morgen am Montag. Da habt ihr eure erste Chance, euch das Set zu wünschen, was ihr wollt. Die Umfrage läuft dann bis Freitag. Also heißt für euch, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat und darauf Lust hat, einmal auf Abo klicken, was hoffentlich hier unten in der Ecke ist. Wenn nicht, ist es spiegelverkehrt. Und dann könnt ihr immer mit mir im Community-Tab interagieren. Auch wenn ihr Fragen habt, kommentiert es mir da gar kein Thema, wenn ich Zeit habe, antworte ich euch dann natürlich auch. Punkt Nummer 2. Auch für Instagram habe ich mir was Neues bzw. auch was Schickes überlegt. Und zwar wird dort auch einmal im Monat das Setup des Monats gewählt. Ihr habt die Möglichkeit, mir an meine E-Mail-Adresse zinkerstartstube.atfreenet.de Ich blende es hier auch jetzt natürlich nochmal ein. Und alle Infos zu meinem langen Gequatsche auch unten in der Videobeschreibung wiederzufinden. Ihr schickt mir darüber bitte euer Setup, was ihr spielt oder wovon ihr ausgeht, dass es gut aussieht, dass es gut matcht, dass es einfach nur geil ist. Wenn ich das auch sage, nehme ich euch mit rein in die monatliche Abstimmung bei Instagram und dann habt ihr die Chance, den Monatssieger abzugreifen. Das läuft dann so ab. Ich nehme immer drei Leute pro Monat mit rein zum Setup des Monats. Lasse das dann bei Instagram abstimmen. Auch genau fünf Tage lang. Ich kommentiere das Bild ganz genau dreimal. Der erste Kommentar mit dem ersten Setup vom Spieler XYZ, Kommentar Nummer zwei mit dem Namen vom Spieler XYZ und Kommentar Nummer drei mit dem dritten Setup vom Spieler XYZ. War das verständlich? Ich hoffe es doch. Egal, ihr werdet es ja dann sehen. So, danach werde ich die Kommentarfunktion sperren und ihr habt dann fünf Tage Zeit, den Kommentar zu liken mit dem Spielernamen, wem das Set gehört, wo ihr sagt, das Set sieht am geilsten aus. Ja, und der dann nach fünf Tagen gewonnen hat, den schreibe ich mir auf oder notiere ihn mir und der ist dann das Setup des Monats und ganz am Ende diesen Jahres haue ich dann noch einen aus der Kiste und zwar kommen dann alle Jahresgewinner nochmal dran. Ich werde dann wieder ein Bild posten von jedem Jahresgewinner, also werden es dann bestimmt elf oder zwölf, je nachdem wie wir es jetzt anfangen. Und dann habt ihr nochmal die Chance zu voten, wer euer großer Jahresgewinner ist und der Jahresgewinner soll natürlich nicht mit leeren Händen, wie ich sie gerade habe, nach Hause gehen. Der bekommt ein fettes Paket oder auch einen Gutschein, das weiß ich noch nicht, da bin ich gerade noch mit Dartshop am rummodeln, was wir denen da bieten. Auf jeden Fall gibt es was Schickes, inzwischen ein geiles Set Darts. Ich denke mal ein Gutschein wäre da am besten, ich haue da auch noch ein bisschen was raus, wie Chef de Flights, was weiß ich nicht. Auf jeden Fall lassen wir uns da was gebührendes einfallen für den Jahresgewinner und der geht auf jeden Fall nicht leer aus und geht dort mit ein paar schicken Präsenten nach Hause. Zwei Leute davon für den jetzigen Januar, habe ich schon und einer fehlt noch. Also bewerbt euch drauf und bitte, bitte, bitte schickt mir ein halbwegs ordentliches Bild an die E-Mail-Adresse. Nicht zu riesigen Pixelmatch, gebt euch da vielleicht ein bisschen Mühe, dass das ordentlich in Szene gesetzt ist. Und schreibt mir bitte dazu, welches Setup das überhaupt ist. Also ich möchte wissen, welcher Barrel ist es, welche Spitze ist es, welcher Schaft ist es und welcher Flight ist es. Also das gesamte Setup bitte auflisten und genau beschreiben. Das werde ich dann natürlich auch beim Instagram-Post übernehmen. Schreibe dann Spieler A ist das, das und das, Spieler B ist das, das und das im Setup und Spieler C ist das, das und das im Setup. So und dann wird abgestimmt. Ich hoffe, dass du halbwegs verständlich erklärt. Falls nicht, macht einfach erstmal mit. Erklärt sich dann alles von selbst. Kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt, also dem, Moment, ich muss rechnen, dem dritten Punkt. Und da geht es jetzt noch um meinen Livestream. Denn ich habe mir überlegt, es ist doch immer besser, eine feste Zeit, einen festen Tag, sich dafür freizuhalten, dass ihr das auch wisst, dass ich mich darauf einstellen kann. Und wir dann, ja, alle schön versammelt, wie immer in meinem wirklich geliebten Livestream sind und über Darts reden und was weiß ich nicht noch. Ich euch Hilfe gebe, Tipps, Ticks, Tipps, Ticks und Ticks. Ihr wisst schon, was ich meine gebe und wir dort echt immer einen coolen Austausch schaffen. Und zwar startet mein Livestream ab jetzt, wie immer eigentlich mittwochs, nur, beachtet dabei bitte, jede gerade Kalenderwoche. Also jetzt zum Beispiel am folgenden Mittwoch geht es los und das um 19 Uhr. Ihr müsst euch eigentlich nur merken, jede gerade Kalenderwoche um Punkt 19 Uhr startet mein Livestream und wie immer mindestens für eine Stunde. Aber ihr kennt mich mittlerweile, es können gut und gerne auch mal zwei Stunden. Ich alte Labertasche. Und dafür lasse ich mir dann auch nochmal was einfallen. Wir können dann auch irgendwann mal eine Runde gegeneinander spielen und so weiter und so fort. Also ich versuche das ja alles ein bisschen aufzuhalten. Das war es dann eigentlich auch schon. Drei Punkte, viel gelabert. Ich hoffe, das waren reichlich Infos und ihr wisst diese zu verarbeiten, falls nicht. In der Kurzfassung steht alles nochmal unten in der Videobeschreibung. Das war es. Lasst mir gerne noch ein Like auf das Video da, wenn noch irgendwelche Fragen sind. Kommentiert mir diese. Ich nehme natürlich wie immer Zeit für euch und beantworte sie dann auch. Ich mache jetzt Feierabend und wer jetzt aufmerksam aufgepasst hat, weiß, dass wir uns am nächsten Mittwoch, also in drei Tagen um Punkt 19 Uhr zu meinem Livestream wiedersehen. Also haltet die Ohren steif, macht euch noch einen schönen Sonntag. Das war es von mir, das war es von Zinker, das war es von Zinkers Artestube. Adios, Amigo. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.